Ich bin Santiago Lopez, ich arbeite hier bei KPS im Digital Marketing als Consultant, speziell für Emasis und ich bin über Social Media auf KPS aufmerksam geworden. Ich bin hier kontaktiert worden vom Recruiting und da gab es gleich das erste Telefonat am nächsten Tag. Da hat es schon direkt im ersten Moment gepasst, super sympathischer erster Kontakt. Nach diesem Telefonat ging es dann auch direkt in ein Bewerbungsgespräch, direkt die Woche darauf. Also es ging wirklich alles super schnell. Das Bewerbungsgespräch ging auch eine Stunde. Wir haben uns sehr intensiv unterhalten, ausgetauscht, über Projekte gesprochen, eigene Vorstellungen, Vorstellungen natürlich von der KPS und sind da auch auf einen sehr guten gemeinsamen Länder gekommen. Ich habe mich hier direkt wohl gefühlt und nach dem Bewerbungsgespräch habe ich mich eigentlich auch nur darin noch mehr bestätigt gesehen, hier bei KPS zu starten. Wenn ich an KPS denke, fällt mir ein Digitalisierung, Zukunft, Veränderung, Modernität und vor allem auch ein junges Team. Wirklichkeit. 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 Vielen Dank.